Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Resident Evil 6. Wir sind tatsächlich gerade von unserer Partnerin noch getrennt worden. Wir müssen uns hier jetzt erstmal alleine durchkämpfen. Aber das sollte einigermaßen gehen. Du kickst es auch schon direkt weg. Ich glaube hier war tatsächlich nichts mitzunehmen. Das nächste Abzeichen dauert erstmal eine Weile. Oh, wieder ein Streihals. Vielen Dank für die Muni. Du kannst direkt mal hier wegbleiben. Danke. Ihr seid aber auch schon ordentlich verrottet. Muss ich zugeben. Da ist Leben. Da leider erstmal nur eins. Von daher spare ich es mir lieber mal auf, bis wir... Na wo, ist halt die Frage, wann wir hier ein zweites finden. Du kannst direkt mal hier wegbleiben. Dankeschön. So, ah, da hast du schon was erledigt. Moment. Dann muss man ja nicht alles verschwenden hier, ne? Aber ich glaube, das sollte es gewesen sein. Ein Schuss. Gut, der erste... Den ersten habe ich halt noch ordentlich versämmelt hier. Vierter singen. Da sparen wir Munition. Schauen wir mal. Ja, ja, hier ist aber noch Loot. Von daher, das würde ich mir gerne noch mitnehmen. So, da ist die nächste Kiste. Und ein bisschen Munition. Gut, kommen wir jetzt rein. Gut, 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 gut. Danke. Nicht so sehr beißen, bitte. Nicht so sehr beißen, meine ich. Ich soll auf die Shotgun gehen. Wir haben ja, glaube ich, noch ein paar Granaten, oder? Lauf. Dankeschön. Das kannst du direkt mal klicken, Kollege. So, Munition. Der Shotgun wird so leider etwas weniger. Dünnerweise kommt ihr jetzt an. Okay. 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 Wie sieht es aus? Du bist wieder einigermaßen frei. Das, ich glaube, das wird hier nichts mehr werden. Mein liebes Spiel. Es fehlt an Munition. Es fehlt an Munition. Okay, also ich... Die Tode nehmen hier wieder extrem zu. Was haben wir denn an Explosiven? Hör mal. Achso, ich kann so das erste Hilfspray nutzen. Alles klar. Gut, danke. Aber Rating wird hier nicht gut werden bei dem Spiel. Das sehe ich gerade schon. Ich glaube, nachher, wenn wir die anderen haben... Ich glaube, mit... Gerade mit Chris wird es dann doch deutlich actionorientiert. Ich glaube, mit... Oh, die Dings sind auch wieder da. Sehe ich gerade. Gut. Ihr sollt doch bitte aufhören, mich anzuspringen. Bitte? Bitte? Oh, die Dings... So, bitteschön. Das ist übrigens immer gelohnt. Wieder Granaten. Granaten. So, bitteschön. Danke schön. So, weg mit euch. Dann ballert hier mal schön weiter. Lauf. Das wird leider gerade ein bisschen stressig. Das ist doch gerade absoluter Bullshit. So, wo ist denn der Speicherpunkt? Natürlich. Okay, dann... Also, erstmal die Sachen hier mitnehmen. Dann haben wir das zumindest schon mal erledigt. Auf ein drittes. Ja, ich weiß nicht. Also, das... Jetzt wird es gerade doch ein bisschen stressig hier, das Spiel. Ich könnte theoretisch jetzt ja schon mal ein paar Dings ablegen, aber... Spare ich mir die Brandgranate mal auf. Aber ich habe halt einfach viel zu wenig Militon für diese ganzen Sachen hier. Wir sollten mal ein bisschen mehr stehen bleiben und mir diesen Kampf einfacher machen. So, Bulldog. Dann halten wir noch eine Granate auf jeden Fall. So, schön, dass du jetzt ankerst, weil ich mich gerade hier an den Sachen bedienen will. Danke. Ich habe gerade hier den Helden nachgetreten. Okay. Gut, ich glaube, dann ist es hier langsam mal in der Zeit. Kriegst du den Blatt? Dann, wenn du dir auch richtig bellieren will. Jetzt müssen you los. Ich sollte gut auf diesen 어쨌든 dagegen nehmen. Dann hört mich eles. Dann hört mich ihn. Dann hört michi. Haha, das ist ... Na? Danke. Wieso weißt du denn jetzt aus? Ich wollte doch nicht gerade auf dich schießen. So, munitionsmäßig sieht es nicht mehr so gut aus. Ich dachte, ich hätte dich erledigt. Oh, Lige. Ja, das ist ja alles andere als optimal. Gut, dann nutzen wir das Ding mal. Nein. Wieso ist denn das jetzt wieder so ein Event? Ich glaube, das ist jetzt... Das war jetzt unnötig. Das war richtig unnötig. Ich glaube, das war nicht so. Ich glaube, das war nicht so. Ich glaube, das war nicht so. Gut, aber jetzt haben wir wenigstens mal ein bisschen Zeit zum verschnaufen. Ah ja, sehr schön. Hatte ich noch welche da? Ja, sehr gut. So, dann kombinieren wir das mal noch schnell. Ich weiß ja nicht. Ja, die Frage ist halt, ich glaube, ob das noch was wird. Kann man denn mit irgendjemandem von euch noch reden? Ach, hier auf den Bänken ist vielleicht noch irgendwo was, ne? Ah ja, guck mal, dann kriegen wir das Spray wieder zurück. So, wir haben dann für die Munition. Da haben wir jetzt auf jeden Fall mal zu. Gucken, ob wir hier in den Nebenräumen noch irgendwas Interessantes finden. Zumindest mal ein paar Fester. Genau, dann können wir dich nochmal durchladen. Sehr gut. Hier sehe ich gar nichts drin. Nicht mal ein Zombie. Gut, da war er auch zu. Wahrscheinlich. So, links oder rechts? Fangen wir vielleicht hier mal an. Gucken, oh. Dankeschön. Stimmt, hier war dann das zweite Symbol. Ich muss sagen, die sind hier deutlich besser zu erkennen als bei den Vorgängern. So, also eine Statue haben wir. Da ist erst mal zu. Ich hätte tatsächlich lieber Brandgraden statt dem vergezündeten Springsatz. Und die nächste? Ja, wahrscheinlich. Auch gut. Kraut und Fähigkeitspunkte. So. Dann lagern wir das mal ein. Okay. Die Folge ist aber auch schon wieder rum. Von daher bedanke ich mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Bis dahin macht's gut. Und ciao, ciao.